Ich bin echt ein großer Fan von der Rede mal bitte einmal mit. Okay, wollen wir anfangen? Was geht Leute? Mein Name lautet Danny P-P-P-Ernitz Und willkommen zu einem neuen Team Road to Commander mit... Mit... lehnt euch zurück und gönnt euch Happy Crushes wieder hier Und wir haben noch einen Gast da, einen vorübergehenden. Ja, der Pass XX007 Ich hab ihn erstmal sehen gelassen, weil er ein richtig ekelhaftes Thumbnail hat Ich find sowas voll ekelhaft. Nein, aber ich muss sagen, guck mal, der Typ ist zwölf und guck mal was für Thumbnail der drin hat. Ja, und abgesehen davon, so fette Titten sind auch nicht grad sexy, finde ich. Und ich finde, lass mal übertitten in diesen Partszenen. Okay, alles klar. Da kann ich wenigstens einen guten Titel reinmachen. Nein, also ich will heute übertitten sehen und naja, ich hab mein Bild bei Facebook hochgeladen, das ist schon eine lange Zeit her und da habe ich ein Bild mit einem Mädchen hochgeladen und sie hatte so kleinere Brüste, was heißt kleine, so mittel Grosse, so, weißt du, was ich meine, keine Ahnung, B oder ne, oder A groß, keine Ahnung. A oder B so, ja. A oder B so. Und, ja, ich verstehe gar nicht, ich persönlich stehe mehr auf Arsch. Was bevorzugst du so? Äh, ich muss ehrlich sagen, eigentlich auch Arsch, aber wenn die andere Komponente nicht stimmt, dann kann man's auch vergessen. Ja, ja, aber ich finde Gesicht schon sehr wichtig, dass sie süß ist und sowas. Finde ich auch. Und ich finde auch diesen fetten Arsch, ich finde das voll eklig, so einen richtig fetten Arsch, weißt du. Ich auch, oah. Ich liebe diesen kleinen, knackigen Arsch. Ist so, was so handlich ist, weißt du, so handlich zum Mitnehmen. Ja. Ich hatte mal einen Typen, der hat auf Gesicht keinen Wert gelegt. Handlich zum Mitnehmen. Aber so, ja, so sexy, dieser kleine, knackige Arsch, weißt du, so, das gefällt mir. Ja, finde ich auch, aber ich muss sagen, ich hatte jemanden, der hat auf Gesicht komplett geschissen, der hat, der ist nach dem Motto, hat der gelebt, Hüte drüber, gib ihr. Ja, ich glaube, dann ist es einer, der, weiß nicht, der, der wird einfach nur ficken. Ja, der war auch so einer, der hat in allem auch nur Perverses gesehen, aber so muss sein. Oder auch nicht. Es kommt immer drauf an, welches Mädchen da vor einem steht. Also ich, ich bin nicht so, also ich persönlich, achte schon drauf, ob die gepflegt ist und ob die, ob die ein schönes Gesicht hat, ob die, ob die, äh, gut, äh, ja auch, ich achte sogar auf die Kleidung des Mädchens, um ehrlich zu sein. Ja, na klar, ja. Ich finde jetzt, ich, ich finde so schlabber Look in der Öffentlichkeit, finde ich, geht gar nicht. Ja, genau, sowas zum Beispiel, wenn sie so anzieht, habe ich auch schon wieder, dann ist schon abgeturnt. Zu Hause ist es so auf eine Art süß, aber draußen geht es gar nicht. Ja, zu Hause ist mir das nicht so wichtig, ne? Oh, scheiße. Ähm, ich muss sagen, wenn du jetzt D-Titten oder C-Titten bekommen würdest, würdest du nicht draufstehen? Ähm, also, hatte ich auch, also ist nicht so, dass ich jetzt, äh, sage, nein, ne, auch gar nicht, geht auf jeden Fall gar nicht klar. Und, äh, nein, auch mein Kopf hat gejuckt, scheiße. Das ist so, wenn ich so ungemütlich ist, bisschen, ne? Äh, da kann man irgendwie auch nicht zocken, wenn es so ungemütlich ist. Ich kann nur zocken, wenn ich, wenn es nicht 100% gemütlich ist. Ja, aber Leute, immer, wenn ich mit Freunden spiele, dann habe ich hier so viele Kabel, das ist einfach so... Oh, Alter, wie habe ich den noch bekommen? Das ist dann nicht so gemütlich, wie wenn ich alleine zocken muss, ich auch zugeben. Ach, das Kabel fällt raus wahrscheinlich, wenn du nach vorne gehst, oder was? Äh, ja, so ähnlich. Okay. Guck mal, zum Beispiel sowas, guck mal, guck mal, guck mal, die campen, die sind schon wieder Franzosen. Guck mal, scoren. Das kann doch nicht sein, aber Nuketown auch, was für eine Map, ey. Ich finde, das ist keine 6 vs. 6 Map, das geht einfach nicht, höchstens 4 gegen 4. Ähm, ich will jetzt nicht den ganzen Part damit verbringen, über Titten zu reden, aber das ist gerade ziemlich interessant, weil irgendwie... Titten, weißt du, wenn es ein Thema gibt, was alle Männer verbindet, dann Titten, sogar Schwule. Stimmt, das ist mein Erfolgsrezept auf YouTube. Nein. Nein, aber es muss das Gesamtpaket bei den Mädchen stimmen. Ja, ja. Ich hab vor lange nicht mehr über so sexuelle Sachen gesprochen irgendwie, obwohl Titten sind ja nicht sexuelles, sondern eher biologisch. Okay, das ist richtig komisch, was ich gesagt habe. Ja, man muss mal zu einem Mädchen gehen und sagen, lass uns über biologische Sachen reden. Okay. Lass uns biologisches Zeug machen. Chef, du hast Biologieunterricht, und du hast eine Mrs. Milf, und sie zeigt dir, wie alles funktioniert. Mrs. Milf. Ich hab keine Munition mehr. Kannst du bitte... Ja, ich bin hier, ich schütze dich. Nicht rausgehen, nicht rausgehen, ich mach das. Stimmt, stimmt, stimmt. Geh von dem Einsatzschildtypen weg. Ich hab ne FAL aufgehoben. Oder man muss mal zu einem Mädchen sagen... Ich hab Todbringer auf Nuketown, Digga. Äh, ja. Todbringer auf Nuketown. Geil, Mann. Nein! Boah, bin ich angepisst gerade extrem angepisst. Ja, ich hasse den Sniper. Man muss mal zu einem Mädchen sagen, hey, ich will biologische Experimente mit dir. Ey, ohne Scheiß, dieser Scheiß... Ich bin da richtig wütend, Alter. Kannst du bitte dieses Geschütz... Kann man... Wie kann man das Geschütz kaputt machen am besten? Äh, du musst irgendwie rumlaufen, dass du es von hinten anschließt. Natürlich! Scheiße. Ah, C4. Zum Glück gibt es... Ohne Scheiß, ich muss sagen, diese Scheiße, das ist nur zum Spaß da eigentlich. Warte. Ja, dieser Todesbringer! Ich benutze den nicht mehr. Ich benutze den nicht mehr. Ernsthaft? Äh, die Sache ist, Todesbringer... Äh, Todesbringer... Oh, Todbringer heißt der, glaube ich. Der bringt viel, wenn so viele auf einem Ort sind, in einem Haus oder so. Oh, Mann! Das kann... Oh mein Gott, ich hab 9 zu 7! Oh Gott, ich bin da richtig wütend, Alter. Ich war noch nie so wütend. Okay, Danny, ein- und ausatmen. Bitte, mach dieses Geschütz kaputt. Was zum... Pfeufe... Mach das Geschütz! Verpiss dich von da... Boah! Mann! Ich hab kein... Ernsthaft, ich hab kein... Ich bin da richtig wütend, Alter. Ich war... Vor allem, ich sag, verpiss dich, du stirbst, du wirst nochmal gespawnt. Ja, verpiss dich, du bist doch gerade gespawnt. Ich kann... Ich kann mich doch nicht teleportieren. Nice. Was hast du für den Score? 10 zu 6. Ey, das kann nicht sein. Aber Newtown ist auch so ein... Ich defle gar nichts! Ich wundere mich, wie ich überlebt habe. Ich bin dann richtig rot, Digga. Wie das aussieht. Du stehst aber an der Tür und so... Digga, das sieht aus, als würde ich richtig Druck haben auf dem Arsch, Alter. Ja, so. Ja, Digga, ich hab keinen Bock mehr auf diesen Scheiß mehr. Bitte tu mir jemanden den Gefallen und töte sie einfach. Guck mal, wir sind abverlieren sogar! Da sieht man mal, wie wir campen bringen. Verpiss dich, Teammate. Ja, alles gut, alles wird gut. Wieso? Es laggt. Es laggt einfach nur. Ja. Ja! Nein, ich mach die Reise. Ich spiel nicht mehr mit. Was? Ich spiel nicht mehr mit. Digga, nein, guck mal. Das macht keinen Spaß, Alter. Guck, wir haben 48 Kills. Weißt du, wann ich das letzte Mal so hart verloren habe? Wann? Weiß nicht. Vor... Keine Ahnung. Ey, wir haben gerade in einem Spiel zusammen... Nur zusammen haben wir 25 Kills gemacht. Ich bin sogar negativ. Negativ! Aber guck mal. Newtown, da gibt's... Aber das ist eine Ausrede, weißt du? Wenn man schlecht spielt und man hat auf Newtown gespielt. Ey, Digga, weißt du was? Ja. Ich wünsche euch, ich hätte jetzt ein Mikro. Ich würde dich so kaputt schreien, ne? 325! Ja, der hat ein 335. Soll ich dir was sagen? Ach ja. Weißt du, wer das war? Weißt du, wer das war? Sag an, ja. Das war der, der in der Ecke gehockt hat, glaube ich. Ich glaube auch. Der kommt aus Polen, Polska? Dieser PL? Ne, nicht der. Der ist rausgegangen. Ja, besser so für ihn. Guck mal, mach das Emblem von Master Jude an. Master Jude. Das ist so ein Patrick so, lasst mich raus. Ey, die Embleme anzugucken ist immer so geil, Alter. Hier, Beach. Ich meine die... Ne, nicht nur die Beach. What the fuck. Ich meine die Beats. Die Beats. Beats, warte. Guck mal die Beats an. Guck mal. Original, Logo. Ja, absolut. Also Leute, diese Beatsen sind natürlich eins zu eins nachgemacht, ne? Ey, Digga, ich hasse solche Embleme, wie zum Beispiel von Expert Dragon Stakes. Der letzte. Ja, ich verstehe das gar nicht. Die hauen einfach alles voll. Das sieht aus wie so ein kleines Kind im Kindergarten, was zu viel rum und dann macht. Die sollten sich ein Beispiel an meiner Familie annehmen. Ja, also deins ist wirklich... Aber das ist gut aus von... Warte. Von wem sieht das gut aus? Also das von Master Jude sieht am besten aus. Ist so. Oder warte. Das ist einfach so witzig, Alter. Das ist von Blur Hypes. Der Penis. Was? Der Penis von Blur Hypes. Das ist so lustig. Digga. Was haben wir noch? Das war's. Und dann so ein Anime-Fanboy unten. Sam Gun Mad. Sam Gun Mad. Ja. Was sagst du von diesem Anime-Zeug? Also es gibt wirklich Leute, das sind richtige Fans, Alter. Also so richtig heftig. Ja, also... Ich muss fairerweise sagen, ich hab noch nie richtig Animes geguckt. Ich hab damals ein bisschen One Piece geguckt. Kennst du One Piece? Ja, klar. Hab ich ein bisschen geguckt. Okay, aber sonst war ich nie so wirklich in Animes drin. Also ich kann jetzt wirklich nicht fair beurteilen. Ich will auch nicht unfair sein, aber... Es juckt mich eigentlich nicht. Es juckt nicht. Es interessiert mich nicht. Okay. Interessiert's dich? Ja, schon. Also ich... Ich bin jetzt... Kennst du diese... Also diese richtigen Hardcore-Fans, ne? Die mit auch die asiatischen Animes gucken und sowas. Ja, Mann. Das sind so... Ähm... Ich weiß nicht, aber das sind so... Ich weiß nicht. Das sind so richtige Hardcore-Fans, weißt du? Ja. Oder Leute, die diese Mangas lesen. Diese Hefte, die... Ja, ja, genau, genau, genau. Die ist... Das find ich schon übertrieben, Mann. Das ist hier... Aber in Japan geht das richtig ab. In Japan macht's ja jeder. Das ist ja Standard da. Ja, in Japan... Wusstest du das? In Japan ist Bücher lesen. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber hier... Hier ist wirklich jeder so mit Büchern unterwegs. Also ich meine mit Handys unterwegs in der Bahn. In Japan ist es Standard, nicht Bücher, sondern zu lesen. Ernsthaft. Vor allem, man muss auch sagen, die Japaner sind schlauer als die Deutschen. Ja, warum? Also welche Punkt? Also die sind vom Bildungsstand schlauer. Ich weiß auch, woran das liegt. Die sind einfach viel fleißiger, ist so. Ja, die sind fleißiger, ja. Wenn man sagt, irgendwie Asiaten oder so, dann sagt man sofort... Ja, der ist bestimmt... Der hat einen krassen Job, der hat irgendwie viel Geld. Ja, ja, genau. Vor allem so Asiaten, die können einfach alles irgendwie besser. Ich weiß nicht, woran das liegt. Die können wirklich... Ist wirklich so. Ja, ist so. Das klingt komisch, ist aber so. Vor allem Asiaten ist aber auch so. Man sagt immer Level, leicht, medium, hart, Job Norris und dann Asiaten. Natürlich. Okay, das habe ich jetzt nicht geplant, aber okay. Nein! Oh mein Gott. Ey, Leute, immer die... Ich habe noch... Wurde ich eigentlich schon mal jemals von einem normalen Menschen erledigt? Ich glaube nicht. Oder irgendwie von... Keine Ahnung. Wie findest du Italiener beim Zocken? Das ist alles debile, Mann. Wie findest du Italiener beim Zocken? Italiener... Ja, das ist zwiespaltig. Das ist so... Entweder campen die extrem, weil das halt richtige Random sind. Oder die spielen eigentlich relativ okay. Also ich hatte nie wirklich Probleme mit Italiener. Eigentlich muss man ja sagen, selbst Deutsche, selbst Italiener, selbst Franzosen sind alle... Es gibt immer schlechte Spieler hinter dir. Oder bist du das? Nee. Aber hier unten... Oh mein Gott, ich habe ihn... Ich mag die sind ab sowieso nicht. Die Map ist ja voll langweilig. Guck mal, hier spielen... Guck mal, hier spielen gerade sechs Leute mit. Und äh... Ich sehe keinen. Ich sehe kaum einen. Die Map ist einfach zu groß. Die ist zu groß. Das kann doch nicht sein. Ja. So eine Map in Call of Duty ist bekannt dafür, dass es ganz schnell geht. Ja, genau. Das ist ja Battlefield hier. Ja, das ist Battlefield-like. Wirklich. Ich glaube, die campen da oben. Kennst du diese Gegend da oben? Da kann man die voll gut forschen. Weil die immer da campen in den Gebüssen und denken, man sieht die nicht. Und dann liegen die da immer drum. Ja, da ist auch schon der Erste. Pass auf. Na mach, 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 mach. Okay, ich mach nichts. Okay. Er sieht mich, er sieht mich nicht, er sieht mich nicht. Ich versuche auch zu kommen. Er wundert sich, er wundert sich, wo ich bin. Ich versuche auch zu kommen. Ich komme, ich komme. Okay. Ich bin hinter ihm, ich bin hinter ihm. Wenn er sich umdreht, sind wir immer... Wir können ja eine Double-Verarsch immer machen. Er ist da, er ist hier. Komm her, komm her, komm her, komm her. Nein, hinter mir. Nein, er ist hinter dir. Okay, weiter, 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 weiter. Ich mach weiter. Oh, guck mal, guck mal. Er hat uns nicht gesehen. Lass ihn nicht mit ihm laufen, lass ihn mit ihm laufen. Lass ihn mit ihm laufen. Er sieht mich nicht, er sieht uns nicht, what the fuck. Nein, hinter dir. Egal, ich bleib hier einfach stehen, bis ich sterbe. Ich komme, ich komme. Ich wollte ihn nicht killen, keine Ahnung. Der war schon so dumm, da wollten wir ihn nicht noch mehr bestrafen. Ja, genau. Alter, ich wusste gar nicht, ob ich durch die Tür schießen kann, die Tür, die sich öffnet. Lass ihn nicht killen, lass ihn nicht killen. Lass neben ihm in den Lungen laufen. Okay. Guck mal, er merkt gar nichts, wie dumm. Guck mal, er merkt einfach nichts. Digga, wenn ich mich... Guck mal, guck mal. Köln auf, wo er klauft. Guck mal, er merkt sich. Nein, nein, er hat uns nicht gesehen. Er hat uns nicht gesehen. Ist der dumm? Ich bin wieder tot von hinten. Guck mal, ich verlor einfach nur. Ach, das ist doch langweilig, Alter. Okay, ich versuche jetzt richtig zu... Ey, ich habe immer noch mein Versprechen vom Orbi. Digga, ich habe noch nie sowas gesehen, Alter, in meinem Leben. Ey, jetzt wirklich, also... Oh mein Gott, ich dachte, wenn ich mich schnell bewege, tifft er mich nicht mehr. Sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, dass er uns da nicht sieht. Ja, und du hast richtige Erfahrung damit. Muss man beachten. Ja. Ich meine, das war eine Taktik von mir, ich wusste, dass er mich nicht sieht. Bye, bye. Da gibt es die sogenannten Danny-Gene. Die trägt jeder an sich, nur weniger dominant. Die trägt jeder an sich, der Danny Burnish abonniert hat. Genau. Und man muss dazu sagen, wenn man jetzt die Gene kreuzt mit den haptischen Genen, dann ist das haptische Gen immer stärker, weil Haptik einfach geil aus. Okay, alles klar. Zum Glück, das wäre richtig geil, wenn du uns mehr davon erzählen würdest. Alles klar. Denn wir sind alle interessiert an deinem Leben. Ey, komm mal, ich würde schon gerne ein paar Leute verarschen. Ja, aber wenn wir den Sniper wiederfinden. Aber die Sache ist, man stirbt immer von hinten von irgendwelchen Spasten, die 3 zu 6 haben. Ja, aber das ist besser, ein Besuch nicht zu stören. Da ist es wahrscheinlich, wenn man dann stirbt, ne? Da ist er, da unten ist einer, hinter dir. In diesem Gang, in diesem Gang, komm runter, wo ich bin. Okay, okay, wo denn? Wo ich bin, unten in diesem Gang. Nein, nein, das sind nur Gegner. Nur Gegner, Digger, nur Gegner. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Die sind alle da, das wäre voll spontan jetzt, Alter. Ah, ich habe keinen bekommen. Okay, solche, jetzt spiele ich richtig, komm. Ja, ich kann doch kein 7 zu 6 auf mir sitzen lassen, jetzt mal ernsthaft, komm. Echt, ich spiele nie richtig, ernsthaft. Ich spiele immer nur so, keine Ahnung, wie ich loskomme. Ja, irgendwie zum Spaß. Ja, das Spiel kann man nicht. Ich könnte wesentlich besser spielen, würde ich mir wesentlich mehr Mühe geben. Aber irgendwie, ich will schon besser spielen. Das ist schon mein Ziel, so, aber, weiß nicht. Mir macht es Spaß, wenn ich die Gelegenheit habe, jemanden zu verarschen, dann verarsche ich den auch. Ich meine, was, guck mal, Sniper vor allem, die sind nicht, guck mal, du killst Sniper eigentlich jeden Tag, weißt du. Die sind es manchmal gar nicht wert, die mehr zu killen. Ist so. Und vor allem, man darf nicht zu viel Hoffnung in das Spiel stecken. Wenn man einfach da reingeht und man will Spaß haben und keinen Gameplays oder sowas, hat man mehr Spaß. Das gleiche ist mit Ghost passiert. Oh mein Gott, die sehen mich alle. Die wissen, dass ich da in der Ecke bin. Woher? Ich komme. Okay, die sind da hinten. Ich glaube, die campen da wahrscheinlich immer aus. Wo ist der? Und mein Name ist Bill. Das ist das Einzige, was dir aufs Kill einfällt. Bill? Nein, diese Autos, die Autos sind hier verflucht. Das könnte man natürlich jetzt noch retten, indem man sagt, Bill Gates und du hast richtig viel Geld und bist der Boss. Ja, stimmt. Ja, bist du jetzt cooler, was? Ich bin der Beste. Ich verstehe, dieses... Ey, das kann nicht sein. Ich habe 10 zu 9. Du bist echt schlecht. Ich habe 10 zu 9, darüber kann man sich nicht freuen. Ich glaube, ich werde heulen. Natürlich. Natürlich. Jeder nimmt meinen Drogen. Ich glaube, ich ein bisschen mehr heute. Aber egal. So kenne ich dich ja gar nicht. Ja, da musst du mich jetzt erst mal kennenlernen. Ganz ehrlich, ich habe den Todespringer reingenommen. Erinnere mich danach mal, dass ich den rausnehme, Alter. Okay, mache ich. Weil, ernsthaft, der enttäuscht mich nur, um ehrlich zu sein. Ist so. Ich suche gerade den Sniper. Ich wollte ihn gar nicht killen, da, weil ich rechnen gehen will. Aber es gibt eine Sache, die noch mehr enttäuscht. Und es ist ein Haptik, der kein Orbi erreicht. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Damit rechnet man nicht, ne? Ne, damit rechnet man nicht. Allein schon. Schade, Alter. Bei so einem Orbi, da könnte man so viel geiles Zeug mit machen. Ernsthaft. Ja, ist so. Jetzt habe ich nur ein Dröhnchen. Und jedes Dröhnchen gibt ein Tönchen. Okay. Die Sache ist, wenn ein Haptik in die Lobby kommt, dann rechnet man automatisch damit, dass jetzt ein Beast Gameplay kommt, ne? Ja, eigentlich schon. Vor allem, was ich sagen wollte. Wir nehmen gerade ein bisschen mehr auf, damit ihr für die Woche was zu gucken habt, Leute. Also, wäre cool, wenn ihr auf jeden Fall immer alles steif hält während dem Gucken und auch den Daumen hoch, ne? Äh, alles steif Dings da, ne? Und ich könnte übrigens auch bei Haptik vorbeischauen. Er macht auch Drogenvideos. Also er nimmt immer Drogen vor seinen Videos. Ich noch nicht. Hii, du hast steif gesagt. Oh, wir haben gewonnen. Ey, aber die Sache ist, Leute, ihr habt in den Kommentaren geschrieben die ganze Zeit, komm, mach Road to Commander und er hört drauf und macht gleich mehrere Parts für euch. Und das muss man sich zu Herzen nehmen. Genau. Oder, Danny? Auf jeden Fall. Sag mal, gibt es auch irgendwie mal einen Tag, wo du mal nicht recht hast? Und das Master, Alter, das sieht so geil aus bei Master Jude, dieses, ne? Ja, aber sein Name ist schon ein bisschen... Hm, grenzwertig. Ich mag Master Jude. Ist der beste ever. Ist er deutscher? Ich guck mal nach, was er ist. Ja, wahrscheinlich, oder? Ja, er ist deutscher, hundertprozentig. Ich guck mal. Es spielen über ziemlich viele deutsche Black Ops 2, muss man dazu sagen. Nee, er ist Engländer. Scheiße. Ich muss sagen, Engländer sind mit die Nettesten. Lass mal Jam machen, lass mal Jam machen. Okay. Hab ich lange nicht mehr gespielt. Jammen. Ich spiele die ganze Zeit mit der, mit der, mit der Friedensstifter. Okay, warte mal. Du musst jetzt eine richtig gute Klasse machen. Willst du eine machen, die ich dir sage? Okay, sag mir eine Klasse. Okay, nimm irgendeine raus, die du nicht brauchst. Hab ich. So, die AN hast du noch nicht freigeschaltet. Nein. Nimm die SCAR-H. Ja, hab ich. Mit justierbarem Schaft. Hast du den, ne? Hab ich nicht, nein. Aber was hast du? Magazinerweiterung? Ich hab nur schneller ziehen. Ja, dann mach nur schneller ziehen drauf. So, dann ist wichtig, dass du als Perks Gewandtheit und Reichgewicht nimmst. Denn man braucht relativ lange, um damit reinzuscopen und du spielst jetzt auf Jammen und da ist es so, dass es auf Entfernung ist. Was macht Gewandtheit? Ach hier. Was macht Gewandtheit nochmal? Du kannst schneller ins Corp gehen. Schneller aim. Ah, echt? Ja, schnelleres ziehen und, äh... Guck mal, wie viel ich schon vergessen hab, Alter. Schnelleres ziehen nach einem Sprint, schnelleres Überwinden von bla bla bla. Oh Gott, da hört einer Musik sofort muten. Hast du dich schon gemutet? Ja, nein, noch nicht. Was ich überrasse, ist einfach, wenn man, ähm, keine Ahnung. Reingeht und einfach alles laut macht. Wenn man einfach so alleine zu Hause ist. Weißt du, wann ich alleine zu Hause mache? Trotzdem. Alter, voll geil. Ich kenn... Schneller reinzoomen ist eigentlich Gottes wichtig. Also Gott ist so richtig wichtig, Alter. Keine Ahnung, was ich mit meinem Gott habe gerade, aber okay. Ist auf jeden Fall wichtig. Was war das für ein Z4, Digga? Meins. Da kommt doch eh keine. Ja, ich weiß, aber da kommt doch... Nein, 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 nein. Es ist ein... Ey, kennst du das? Man joint oder man, man ist, man spawnt und man will sofort alles loswerden. Granaten, Blendgranaten, alles. Ja, ja, voll behindert, aber voll... Ich hab so einen Tick so. Ich muss sofort alles werfen. Das war gerade voll der Tick. Nein, oh, schade, ich bin gestorben. Aber die Ska-H ist schon OP, oder? Ja, auf jeden Fall. Die Ska-H in, äh... Abgesehen davon, dass sie ein kleines Magazin hatte. Oh mein Gott, ich hab ihr nicht einen Hitmarker hinzugefügt. Abgesehen davon, dass sie ein kleines Magazin hatte in MV2, war sie schon ein Biest, Alter. Ja, Mann. Und die Ska-L in MV3, die war auch richtig gut. Ja. Also die Ska ist eigentlich in jedem COD-Verhältnis. Was ich nicht verstehe, dass die Entwickler keine AK-47 reinnehmen. Das hab ich nicht verstanden, weil das eigentlich so die Waffe ist. Die Standardwaffe, die immer zum Schluss freigestaltet wird. Ja, genau. Oh, Black Ops 1 Zeiten, ich weiß noch, die AK-47. Alles zerstört. Ja, ja. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Habt ihr das... Digga, schaut euch jetzt mal ein Video an. Ich mach ein Turnaround, richtig geil sieht das aus, ne? Und ich schieße aber nicht weiter, ich nehme dich wiederum. Da könnte man voll die Zeit nur perfekt so machen. Zeit nur perfekt. Und dann drehe ich mich wieder so um. Und dann dieses... Ja, oder so ein... Genau. Okay, ich komm mal mit dir mit, wir müssen jetzt am Leben bleiben. Okay. Ich glaub, du stirbst jetzt, ich hab's im Gefühl. Ja, ja, ja. Siehst du? Aber, ey, guck mal, das Ding ist, du kannst... Ich war auch dumm, sich da hinzustellen, ne? Aber ich hätte nicht erwartet, dass ihr jetzt da... Da langtet. Das K.A. ist schon... Das K.A. ist schon gut, aber man muss mit den Waffen öfter spielen, damit man die einfach drauf hat. Ja, man muss sich auf jeden Fall dran gewöhnen. Guck mal, ich sterb einfach, weil... Aber das ist bei jeder Waffe so. Weil die sind irgendwie so verteilt hier auf dieser Karte, ich weiß nicht, was da los ist. Guck mal, guck mal, guck mal. Nein, nein, nein. Verdammt. Er kommt hier lang, glaub ich. Okay. Pass auf, da ist jemand, glaub ich. Ich bin auf der ganz anderen Seite, warte. Wo ist der? Ich hab in Deutschland tot. Du bist schon woanders. Wieso reden wir eigentlich miteinander? Ich hab keine Ahnung. Der kommt da rum, ich bin auf der anderen Seite der Map. So, jedes Dröhnchen gibt ein Tönchen. Und den hab ich nicht. Ich geh noch durchdraufend. Ich weiß nicht, aber ich finde... Oh, die kommen alle hier rein. Die kommen alle hier rein. Na, oh mein Gott. Guck mal, sobald ich zwei Gegner gleichzeitig sehe. Nee, ich hab keine Chance. Ja. Ich hab nur keine Chance einfach, keine Ahnung. Lass uns mal drei Spiele machen, Tupat, okay? Okay. Ist es wirklich, warum mach ich keine Orbitalsatelliten? Was ist bei mir los? Ja, ich find schon merkwürdig. Kann mir bitte jemand sagen, was mit mir los ist? Dankeschön. Was? Ihr könnt's mir nicht sagen? Alles klar, dann. Nein, okay, das sag ich jetzt nicht. Was wolltest du sagen? Sag bitte. Nein. Digga, ich krieg einfach keine Kills. Ich finde einfach niemanden. Keine Ahnung. Wenn ich Leute finde, dann töten sie mich. Aber ich mag die Skale nicht so, muss ich sagen. Es ist gewöhnungsbedürftig. Vor allem, wenn man nachleset. So eine komische Animation. Und der Rückschleß geht auch nach links und rechts. Ich mag die nicht so sehr. Also, weiß nicht. Die Fliegenstifter finde ich wesentlich besser. Ja, dann spiel mit der lieber. So, ich hab ein Dröhnchen für dich jetzt. Du hast gerade gesagt, ja, dann spiel mit der lieber. Und dann sehe ich, zur gleichen Zeit sehe ich eine Friedensstifte auf dem Boden liegen. Das Schicksal, die hab ich da hingelegt. Du musst wissen, ich hab gewisse Kontakte zu US Army. Okay, alles klar. Jeder ist mal los. Die, 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 die. Fick dich, Mann. Okay. Ey, ich, guck mal. Ich laufe und bin einfach angeschadet. Man weiß nie von wo. Und jetzt bin ich tot. Dankeschön. Aber wir haben auch die übelsten Noobs im Team, muss man sagen. Ja. Es gibt zwei Arten von Waffen, die ich am meisten lasse. Aber, aber wir gewinnen, wir gewinnen. Ja, das ist gut. Ah, die Fliegenstifter ist Bombe, Alter. Ey, ich will die auch mal. Liegt die irgendwo? Stirb mal. Nein! Shotgun! Digga, hast du noch nie mit dir gespielt? Noch nie. Die ist super gut, Alter. Nur aufgehoben, halt. Digga, ich hab die schon so lange, ich hab die nicht einmal jetzt, äh, ich bin nicht einmal gestorben mit der, weil ich einfach hierhin damit kille. Ich hab den für dich angeschaltet. Ja, ist geil. Hast du meinen Kill geklaut? Guck mal, guck mal, guck mal, siehst du? Guck mal, die sterben alle, einfach so. Die hat kaum Rückstoß auch, hab ich das Gefühl. Das ist, stimmt mal, ah, hier ist sie, hier ist sie, die, was, du hast sie auch gehoben? Nein, hab ich nicht, hab ich nicht. Nein, pass auf, Leicester, nein. Nein, 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 da haben wir beide gekillt, ich hatte keine Munition mehr. Hattest du Plünderer? Ey, du musst in deinen Dings, ähm, oh, ich hab vergessen, die, nein, hatte ich nicht, ich nehm kein Plünderer, nein. Ach so, okay. Also, du hast vergessen, äh, RT10, dein, äh, Clantic Shame. Oh Gott, okay, Weltuntergang, ich mach's dann. Ne, ich lade, dass die Parts nicht hoch. Okay. Ich nehm mal, ich, ich liebe es, wenn ich die AN94 aufheben kann. Die ist so ne geile Waffe, Alter. Ich denke auch, die AN94 ist einer der besten Waffen im Spiel. Ist auch, ist auch so, ja. Aber ich würde sagen, Danny, ähm, ich würde gleich den ganzen Kanal löschen, also, weil ich kein RTC hier drin hab. Ja, ja, genau, ja, 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 ich denke auch. Ja. Bitte tu uns allen dein Ding gefallen und. Ja, wir, wir löschen einfach gleichzeitig den Kanal, ich glaub, das ist das Beste, was man in der Situation tut. Ja, ja. Alter, Digga, das ist meine Lieblingswaffe jetzt, Alter. Mann, du machst mir voll Lust darauf. Ja, Digga, ohne Scheiß Ulster. Schade, dass du die nicht spielen kannst. Ja, Mann. Alter, dich die jetzt erwischt, dann wäre das meine Welt, oh mein Gott. War leider zu low, konnte ich nicht mehr holen, aber die ist echt richtig gut, Alter. Ernsthaft. Okay, ich konzentrier mich kurz. Ich hab gleich ein Orbi. Nein. Bevor das Spiel vorbei ist, schaff ich das nicht mehr. Ja, weißt du, was das Problem ist? Du willst unbedingt Orbi schaffen und, ähm, wenn du richtig unbedingt Orbi schaffen willst, dann schaffst du's meistens nicht. Ja, ist so. Aber normalerweise schaff ich das, das kann nicht sein. Ja, ja, aber du willst es normalerweise, normalerweise ist es für dich immer Standard, weißt du? Ja. Aber jetzt gerade ist es für dich so, äh, ja, keine Ahnung. Ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ich wollte eigentlich gerade sagen, deine Drogen sind leer, aber okay. Die einzige Droge, die mich am Leben hält, ist YouTube. Wie viele, wie viele haben wir noch gemacht? Wie viele haben wir gemacht? Zwei, ne? Zwei. Okay, wir machen noch eins für euch, okay? Oder drei? Oder, oder wollen wir jetzt bei zwei belassen jetzt erstmal? Oder, ich weiß gar nicht. Ich guck mal kurz, wie lange ich aufnehme. Ja, okay, das reicht für den Part. Guckt einfach, wie lange das gedauert hat. Das reicht für den Part, ja. Alles klar. Okay, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Hat's euch gefallen? Äh, checkt den Link in der Beschreibung zu Haptic aus. Er macht auch so Videos. Äh, ungefähr auch Call of Duty. Ganz genau. Genau. Sorry, ich wollte eine hohe Stimme machen, aber meine Stimme war so tief. Ich kann es nicht. Ganz genau. Bewertet das Video mit einem Daumen nach oben, nicht vergessen. Es hilft uns wirklich sehr aus. Und, äh... Genau. Schenkst du mir das letzte Wort? Um deine Potenzfähigkeit zu bestätigen. Willst du noch was zum Schluss sagen? Ich will die Verabschiedung machen, wenn ich das dafür bin. Okay, mach. Alles klar, Leute. Haut raus! Und dann sag ich mir immer noch 3, 2, 1, 2...